Jetzt ist besonders wichtig, dass wir miteinander verbunden sind, auch im Gebet. Darum beten Christinnen und Christen von allen Konfessionen und Gemeinschaften in der Schweiz zusammen. Für alle Kranken und für die, die besonders am Coronavirus leiden. Wir beten für alle, die im Spital arbeiten. Für alle Ärzte und Ärztinnen. Für alle Pfleger und Pflegerinnen. Für alle Krankenschwestern. Und für die, die im Gesundheitssystem arbeiten. Jeden Donnerstag am Abend am 8. Stellen wir eine brennende Kerze vor das Fenster. Wir sind verbunden und beten. Für alle, die in der aktuellen Krise einsam sind. Gott ist bei uns, er lädt uns nicht allein.